Herzlich Willkommen auf dem BZ-Kanal, wir sind heute hier mit Shabab, mit Emre, mit BZ, wir machen heute Icon Codes, wir schenken euch was ihr wollt, kommt ihr hier! Kommst du hier, wir verschenken von dir! Wir reagieren auf Videos, die ihr uns geschickt, also Songs, und wenn wir die gut finden, kriegt ihr Codes zugeschickt und mit diesen Codes könnt ihr... Eine Waschmaschine gewinnen! Einmal hat sich was Gutes im Kopf, könnt ihr euch gratis bei Icon 6 bewerben! Ja, wenn ihr das nächste Mal dabei sein wollt, der Link ist in der Beschreibung zum Discord-Kanal, schickt da eure Sachen rein! Wir sind gerade live auf Twitch, der Link ist ebenfalls in der Beschreibung und jetzt viel Spaß mit dem Video! Ich hätte besser bewerten können, wäre das so ein Audio gewesen! Ja genau, das wollte ich auch sagen! Durch Boxen habe ich fast gar nichts verstanden, aber es hat geknallt! Stell dir mal vor, wie sich das mit diesen türkischen Airlines angehört hat! Aber ja, war nicht schlecht, aber kein Knaller auf jeden Fall! Investiere Zeit, train'n in mein Zeug, also mach' einen Abgang! Keine Zeit für deine Feature anfangen, ich steh'n sie ab auf Insta! Kleine Hunde, Söhne denken, sie könnten sich messen, alle Schicksal! Jammern alle Schicksal! Jammern alle Schicksal! Wie sie hundertmal begonnen, aber abgestürzt, kein Vertrag, keine Hilfe, trotzdem immer stark geblieben! Ich war Buke, weil ich's liebe und nicht wegen 20 Riesen! Ich bin Putt nach Hause, und damit hat man mal Frieden! ADK, die Killermaschine, auch wenn ich gerät verdiene! Hat mein Text genau, das was dir im Text war verrannt! Dann bin der Tüchisch angeschlagen, doch bis weiter 3 Milliarden! Die Tacho-Nadel sind pausend, mit D-ungen ohne Schalk! Hey, die Kefrante, fachschu, Brüllo, get me party! Ja, was sagt ihr? Das stimmt auch nicht gut! Für einen ICON6 Code zu wenig! Aber bewirb dich sehr gerne, Brüder! Aber Dings, Brüder, wie heißt das? Brüder, ich sag dir ehrlich, Brüder, Leute, dieses Jahr, also ICON6 ist kein Spaß! Wallah, Leute, ihr müsst euch vorstellen, Brüder, es werden... Und? Ich kann dir gleich nach dem Stream mal sagen, was für Namen kommen, ne? Du wirst ja in den Kopf packen, ne? Brüder, ICON6 ist kein Spaß, man! Brüder, ich sage dir ganz kurz auch für die Leute, die sich bewerben, Leute, gebt euch Mühe! Nehmt euch einen Kameramann, ich küsse euer Herz! Was kostet das, Brüder? Das kostet normal, manche Leute haben das auch nicht, aber wenn ihr das Geld dazu habt, holt euch für 70, 80 Euro einen Kameramann, der für euch einen TikTok... Mit iPhone 7 hab ich meine Bewerbung gemacht! Okay, aber die TikToks... Lasst euch was einfallen, Brüder, das ist jetzt so, kennst du... Brüder, das Auge spielt mit! Ja, same! Das Auge spielt mit, das ist auch eine sehr große Sache! Ja, ja, ja! Schickt auch ein ordentliches Video rein! Ich kann diese ganzen Wörter nicht mehr hören, ne? Hm? Diese ganzen Wörter, alles ausgelutschte Wörter schon! Brüder, Wörter... Ich kann es nicht mehr hören! Brüder, Wörter... Zweitens... Brüder... Mach die Melodien ins... Brüder, es ist einfach nichts... Ich find das auch nicht besonders... Man muss ja auch nichts Neues machen, aber nimm eine Sache und gib dir einen Senf dazu! Ja, genau! Man nimmt sich einfach so! Brüder, diese Beats, was wir auch benutzt haben zum Beispiel... Diese Jewelbeats... Brüder, weißt du was ich meine? Erstens, wir haben das Brüder komplett durchgenommen... Zweitens aber, wenn wir auf diese gerappt haben, dann haben wir irgendwie versucht, so unseren Style drauf zu machen... Weißt du was? Man sagt ja nicht, Brüder, mach einen Techno-Song oder keine Ahnung was... Aber Brüder, das ist so, als hätte ich das schon 600 Mal gehört... Ich bin sicher, Brüder, Retour... Brüder, keiner fühlt wie er, der Brüder hat viel durchgemacht... Allah, ich schieb auf alles... Er grinst, er weiß... Er grinst, er weiß... Er grinst, er weiß... Aber er war selbstbewusst, Brüder... Jawollah, ja... Jetzt geh mal in diese Alte und schick das da rein... Hast du echt? Wenn man die Mille macht... Wenn man's in Willen schafft... Hecht, den Back und Viertel packt... Den Viertel macht es kracht... Bewaffnet, doch das Damm im Sack... In der einen Hand ist Lenkrad und die andere knet der Tasch... Durch den Regen siehst du Spieler... Pitis Zivis, außer gibt's nicht... Aber dafür biss er blicke... Weil die Runde wie auf Prinz sind... Siehst du auch schon, mein Bruder Fremdliss... Bei der Tat ist in sich... Aber ohne Perspektive... Muss ich fühlen, muss mich hinblicken... In der Gegend Rapp ist auf und ab... Guck mal... Schu an... Hunger... Verdau, wenn ich vertrauen kann... Grundsatz... Picken für den Buben... Zupi, Lugner oder U-Bahn... Schieben wieder Kieferfisch... Auf Uber, Uber, Brutal... Halt zu, was dir mein Bruder sagt... Bruder, Brutal, Brutal... Auf Schuhe nass... Abwachs machen, schnapp... Sobald wir hören, dass jemand zugert hat... Ich zeig dir, wie man anders macht... Um 2 Uhr nach... So guter Tag... Doch ohne viel zu wissen... Er kann auf jeden Fall rappen, Bruder... Ja, ja... Er kann auf jeden Fall rappen... Aber bisher auch... Gehört er zu den Besten... Also von dem, was wir gehört haben... Ja, voll bis jetzt, was wir gesehen haben... Ja, aber... 100 Prozent... Aber ist... Zum Beispiel das Ding ist... Diese Beats sind ja Bruder... Oldschool Beats zum Beispiel... Ja... Aber... Was ich immer wieder sehe... Zum Beispiel... Man kann auf Oldschool Beats zum Beispiel... Auch eine richtig geile Schiene machen... Man sieht das ja bei den Franzosen... Die haben ja auch Oldschool Beats... Ja, Maes und so Bruder... Ja, genau... Haben ja auch Oldschool Beats... Weißt du... So... Diese Art hat man schon gehört... Aber bis jetzt... Von allem, was wir bis jetzt gehört haben... Ja... Guck mal... Aber... Bei ihm muss ich sagen... Es war viel zu gerade... Der Flow... Es war durchgehend... Ein Flow... Weißt du... Du musst... Ein Vierer... Dann Switch... Genau... Und das ist... Bei Icon zum Beispiel ist diese... Was ich mir als Plan gemacht habe... Okay Bruder... Ich muss viele Variationen machen... Viel... Das nicht langweilig wird... Bam... Dann diese Flow... Dann diese Melodie... Dann da... Dass man zugeballert ist... Das ist wichtig Bruder... Das ist wirklich sehr... Das ist auch ein Geheimrezept geworden... Ja... So liegt das doch... Ein Song darf nicht langweilig sein Bruder... Safe... Der ist sehr jung... Das weiß nicht... Der ist 15... Und Bruder... Er ist selbstbewusst... Und er weiß... Und er weiß... Und er hat eine Baba Stimme... Und er weiß... Wie ein Song sich anhören muss... Und Bruder... Der ist krass... Der ist krass... 100%... Weißt du was das Ding ist Bruder... Er weiß wie man ein... Ich weiß jetzt schon... Bei mir dauert es nicht lange... Um zu sehen... Ob jemand Ahnung von dem hat... Was er macht... Bruder... Der weiß ganz genau... Was er machen muss... Der weiß wie er einen Song strukturieren muss... Zum Beispiel... Bruder... Der sagt jetzt auch zum Beispiel... 10 Mal... Aber Bruder... Das kommt... So cool... Du achtest bei ihm nicht mal auf die Dings... Weil er hast du geil verpackt... Das passt einfach alles... Weißt du... Bruder... Der ist krass... Ich finde auch gut... Ich finde den krass... Er hat auf jeden Fall auch... Verdient einen Code zu kriegen... Auf jeden Fall... So... Ich kann mir auch vorstellen... Bruder... Dass wenn er bei Iken mitmacht... Und dann wieder diese Gruppenteile kommen... Dass wenn er die Hook macht... Dass er eine knallige Hook macht... Und das Ding ist zum Beispiel... Ähm... Diese... Das habe ich auch letztens... Mit Barre... Mit Barre... Mit Barre... Mit Barre... Besprochen... Dieser Mann hat... Dieser Druck gehabt... Immer bei Iken zum Beispiel... So unterbewusst... Ah... Man muss immer etwas machen... Was nach vorne geht... Weißt du was ich meine? Aber... Dann mit der Zeit... Es muss nicht immer nach vorne gehen... Zum Beispiel... Diese ist nicht... Das ist ganz schön... Aber Bruder... Diese könnte auch... So was könnte er... Easy... Denk ich mal... Ohne Patzer... In der Buffrunde machen... 100%... Er hat ja auch... Den Beat... Atmen lassen... Er war einer der wenigen... Der den Beat so atmen lassen hat... Zum Beispiel bei Atlantis... Bruder... Der hat eine riesen Pause gelassen... Auch bei Narben... Bei Narben... Weißt du was ich meine... Und... Bruder... Krass... Ich fühl mich lonely... Ohne dich... Jeder sagt... Wir würden passen... Doch ich merk... Ich fühl dich nicht... Ja... Ja... Ich war ne Treu... Du hast mein Herz schon gut gefickt... Und ob ich es bereue... Ja... Du warst nur eines... Mitstück... Damals Genga... Sie schlägt wieder... Und Find... Bep ents겠죠... Sie bleibt... Baht... Komm Tot mir Dyer! Vienshächeren Beddy! Und ich weiss... Musikssibvem.. Mach vor, nix halt! Sie will... Lass... Vielen weiss... Damit mateix die ich zwar weiß... Unite das war der einzige Plan... Und ich dachte... Stell dir Abst too wie... Ademal... Okay, ich finde gut, also ich finde okay, aber hat nicht so gut mitgekommen. Wäre das als Audio gewesen zum Beispiel, glaube ich, hätte ich das viel mehr gefühlt. Weil, guck, das zum Beispiel, was ich vorher gesagt habe. Bruder, er hat da Switches gemacht. Er hat ein bisschen Stimme gegeben, da war er kurz tiefer, dies, das, so. Aber leider, Bruder, durch Boxen, ich kann nicht so viel sagen dazu, Bruder. Das Ding ist, guck mal, Ansätze sind bei ihm da. Ja, 100 Prozent. Aber er braucht auf jeden Fall noch ein, zwei Jahre Erfahrung. Ja, er muss schon ein bisschen ausreifen. Und seine Reime, Bruder, sind tot. Er reimt so zum Beispiel dich auf nicht und dann auf snitch. Weißt du, so tot. Wir sind doch nicht umsonst im Jury. Verfrucht, ich hab's versucht und mein Kopf ist schon nix kaputt, ist wie ne Sucht. Ich kann nicht auf der Web-App, nur du tust mir gut. Ich hab vergessen, wie es ist, mich überhaupt jemand versteht. Sorgen vergehen ich und ich fühl mich eklig. Ich bin nichts mehr außer gar nichts, ich verlier mich automatisch. Ich wandert nur die Mailbox faktisch. Was mal, Baby, warte ich, du kennst doch die Antwort. Also bitte frag nicht, wie es mir geht. Ich will nur, dass du da bist. Baby, mein Licht ist verschwendet. Bin im Dunkeln, vermisst deine Stimme. Ich schenk dir mein Herz, ich riskier das für dich. Doch ich hab nur eine Bitte. Pass gut drauf auf, wenn ich dir mein Herz in die Inne lege. Verflucht, meine Seele geht drauf. Doch deine Stimme medizin für die Seele. Pass gut drauf auf, wenn ich dir mein Herz in die Inne lege. Ich hab gedacht, dass die jetzt ein bisschen höher geht, Bruder. Das Ding ist, die hat sie schon mal was eingesendet. Und das ist auf jeden Fall das Schlechtere. Und das ist, also die Struktur ist sehr einfach. Weißt du? Aber ist nicht schlecht, Bruder, ne? Nein, schlecht ist auf gar keinen Fall. Aber ich will damit sagen, das, was sie schon mal eingeschickt hatte, war wesentlich besser. Aber das könnt ihr ja nicht beurteilen, weißt du? Ist nicht schlecht, aber ist es auf gar keinen Fall. Ja, wie sagt man? Das Gelbe vom Ei, ne? Ich hab kein Wort verstanden, Bruder. Ich hab kein Wort verstanden, Bruder. Ich hab nur f*** Blender verstanden. Wallah, Bruder, ich bin ehrlich. Ich sag dir, Bruder, das ist nix, nix. Aber, ich sag, aber eine positive Sache. Schau zum Beispiel da. Erste Sekunde war schon was. Wo dieser Typ gelacht hat. War nicht mit ihm? Ja, eh nicht mit ihm, Bruder. Ich dachte wenigstens Arab, Bruder. Ja, ja, ja. Aber, Bruder, bisher muss man sagen, Sein, Bruder, ist mit Abstand bisher. Ja, Sein, Bruder. Wallah, das kann man nicht vergleichen, Bruder. Ja, ja. Ist da jemand da? Das ist ein Adakah. Wallah, das wollte ich gerade sagen. Hier, ein Mini-Song. Wie gera ist Der. Wallah, wie Adakah! Auch dieser am Anfang mit seinem Fuß und so wieder das machen, seine Stimme, guck mal, ist der Adakah! Oh, ja Mann! Ja, man! Du willst nur sagen! Du sagst nie! Ich hab selber in Russland. Ist da jemand da? Oder bin ich hier allein? Was hat er ganz klar? Doch ich hab selber in Russland. Ich hab selber in Russland. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Weißt du, was den Song geil gemacht hätte? Hätte er sich getraut, eine Oktave mit der Stimme hochzunehmen. Und da drunter harmonisch. Ja, weißt du, was ich meine? Aber so ist ein bisschen langweilig, Bruder. Ich sag dir ehrlich, der hat mir richtig Adabair-Vibes gegeben, aber da finde ich, Bruder, so wie ich heute auch schon gesagt habe, Bruder, wenn ihr als Jury jemanden mit einem anderen Künstler vergleicht, der bei Aiken 5 da ist und der Aiken 5 Künstler stärker war, dann ist das immer für die andere Person schwer. Zum Beispiel, Adabair, er hat ja 1 zu 1 wie Adabair so gemacht mäßig, Adabair aber stärker, Bruder. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde aber trotzdem, seine Stimme hat Potenzial. Ja, 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 angenehm. Er soll auf jeden Fall weiter dranbleiben und sich vielleicht sogar trotzdem bewerben. Ja. So, wer weiß, was draus wird. 100%. So innerhalb von Monaten kann sich sehr viel ändern. 100%. Gib Gas, Bruder. 100%. 100%. 100%. 100% 100% 100% 100% Kennst du das? Nein. Umrucan ist das so. Kannst du das? Ja. Niemals. Ja, ja. Nein. Du guckst da auf, oder? Wer hat sonst so eine Nase? Ey, so wenig. Bruder, der braucht doch gar keinen Code, der ist doch schon eingeplant. Der ist schon eingeplant. Ja Allah. Also das hört sich auch schon. Das war er das auch nicht. Hier, guck doch. Oh, dieser Blick, Bruder. Mein Code kriegst du, Bruder. Der will nur noch einen Code mitnehmen, um den zu verkaufen. Ja, 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 ja. Ja, das ist auf Ebay auf einmal Iconcode. Der nimmt diesen Iconcode, der sagt, Leute, 55 Euro. Das war's. Nein, nein, wunderschön. Schuss in den Ofen. Schuss in den Ofen, ne? Das Ding ist, guck, so wie er rappt, ist geil. Weil zum Beispiel der Beweis dafür, dass du nicht immer machen musst, ist Kali. Voila. Das ist Kali zum Beispiel. Kali ist einer, der sehr extern rappt. Keiner rappt so lässig wie Kali. Weißt du, was ich meine? Nur schreib Drill-Type-Beat in YouTube. Du findest genau den 20.000 Mal, weißt du. Ich würde einen anderen, wäre es ein anderer Beat vielleicht. Und vielleicht die Mische war vielleicht zu bassig zum Beispiel. Da hat man nicht immer alles verstanden. Ja, das ist das, was ich gerade sagen wollte. Ich finde den Mix halt nicht gut. Ja, ja, genau. Aber da kann er ja. Ja, normal, normal. Aber man merkt, er kann rappen. Aber Bruder, im Endeffekt, Bruder, wegen dieser, ich kann nichts dafür. Bruder, im Endeffekt. Das war schwer, Bruder, dass ich einen Produzenten finde und das und dies und so weiter. Wenn man will, Bruder, man kann. Wallah, Bruder. Im Endeffekt, Bruder, keiner wird auch sagen. Also, ja, aber Bruder, der Produzent war nicht so. Bruder, im Endeffekt Endkonsument sieht das. Ja, ja, ja. Und dann ist es vorbei, Bruder. Weißt du, was ich meine? Aber Bruder, ich sage es so, der soll sich bewerben. Ja, 100, Bruder. Aber für einen Code ist es mir, weißt du? Ja, für Code nicht, aber Bruder, der soll sich 100%. Auf jeden Fall, Bruder. Auf jeden Fall, Bruder. Ja, ja, ja. Lass mal auf, lass mal auf. Lass mal auf, lass mal auf. Amora, leb in la vida loca. Kiki im Testarossa. Vom Paris bis Mallorca. Aschistransport im RS4. Deshalb sind wir schneller als hier. 40 Sachen, die bunkern wir. Bullis dreht wieder Runden hier. Bullis dreht wieder Runden hier. Versorg die Hutsu wie Robin. Denn es soll niemand hungern hier. Oh, mi Amora. Lebe wie ein Ganova. Verdient Cash durch das Coca. Giftig wie eine Cobra. Das ist von Aschafaru und Morat. Aber es ist nicht schlimm. Aber, Bruder, diese ist halt schon, Bruder, dass du... Es ist, Bruder, für mich auch schwer. Zum Beispiel, diesen Style haben wir, Bruder, einmal ausgelutscht. So, weißt du? Aber es ist nicht schlecht. Nein, auf gar keinen Fall. Es ist nicht schlecht. Wallah. Es ist gut. Wie Emre sagt, er hat den Vibe gecatcht. So. So. Okay, so jetzt. Ich meine, ihr catcht nur den Vibe, Bruder. Wir müssen auch catchen, Bruder. So. Ist nicht schlecht, Bruder. Aber... Ich weiß nicht, Bruder. Man muss... Du brauchst zu viel Autotune eigentlich. Bruder, Bruder. Man muss was anderes... Ein bisschen was anderes machen. Und dieser Bruder, was ich auch bei mir gemeldet habe... Bruder, für mich ist... Das ist austauschbar, Bruder. Ja. Weißt du? Das ist austauschbar, Bruder. Aber es ist nicht schlecht. Es ist nicht schlecht. Aber, Bruder, ich kann wetten, dass in den Bewerbungen hier... Irgendwo 100% noch einer kommt, der sich so anhört wie der, Bruder. Weißt du was ich meine? Noch 5 so anhört. Ja, so dieses... Und was noch ist, zum Beispiel... Weißt du was... Das für mich viel interessanter gemacht hätte? Wäre das Video krass gewesen. Weißt du was ich meine? Okay. Das Video war ja zum Beispiel jetzt einfach im Studio, Bruder. Weißt du? Bei mir war ja dieser Bruder... Ich hatte ja gar nichts, Bruder. Ich wusste gar nicht was ich mache. Ich habe einfach einen Stuhl geklaut. Wallah, ich habe den geklaut. Okay. Ich habe diesen Stuhl geklaut. Ich habe den auf mein Moped gepackt. Oder ich bin dann zu dieser Tankstelle gefahren. Und habe den einfach hingestellt und dann mit Performance gepunktet. Weißt du? Ja. Wäre zum Beispiel das Video krasser gewesen, hätte das auch viel mehr Einfluss auf meine Bewertung, sag ich mal. Ja, aber nicht nur für uns, sondern auch für die Leute. Ja, 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 ja. 100 Prozent. Weil im Endeffekt, du willst es nicht nur uns überzeugen, sondern auch Hörer gewinnen, Bruder. Und das Wichtigste ist, Leute, selbst wenn ihr, sag ich mal mal, nicht sowas krasses bringt, wenigstens dieses, dass ihr im Kopf bleibt mit irgendwas. Egal was, dass man wenigstens morgens... Selbst wenn es eure Performance ist, Bruder, die am Ende im Kopf bleibt, wie du sich bewegst. Ja, 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 ja. Ich bin draußen, so wie 50 Cent. Digga, so läuft hier mein Leben, ich bin Money Man. Ich will gar nichts tauschen, Vollkontrolle und ich renn. Ich bin draußen, fett Alpex, während alle pennen. Digga, sag mir, wo du warst. Mama ist zuhause, Mama macht war. Ich denk an früher, ja, mein Leben, es war hart. Kunnen, Marihuana, mischen mit Kohle war. Ich bin im Banks. Und sitz mit mir selbst. Guck in deine Augen und vergess die Welt. Nimm ein Schluck von der Flasche und meine Kehle brennt. Meine Kehle brennt. Ja, ich geh mein Weg. Der Teufel sagt, Junge, füll dein Portemonnaie. Egal wie viel ich scheine, ich zähl, ich merke, dass du fehlst. Vielleicht find ich mein Frieden erst an dem Tag, an dem ich geh. An dem Tag, an dem ich geh. Digga, ich bin im Brennpunkt. Schieb mal keine Filme, Digga, jeder hier kennt uns. Was sagt ihr? Das Ding ist bei dem so irgendwie, ich hab nach 5 Sekunden abgeschaltet zuzuhören, ja? Ja, Bruder. Erstens das. Er hat dich halt nicht so mitgecatcht. Erstens das. Zweitens, Bruder. Ich check den Film, den er fährt. Aber, Bruder, das ist so eine Sache. Erstens, wenn du willst, dass man diesen Film feiert, brauchst du auf jeden Fall starke Produzenten, Bruder. Erstens. So, weil, wenn das gut, geil abgemischt ist, hört sich das geil an. Bruder, wenn du diese machst, dann mach ein bisschen später, wenn du weiterkommst. Du musst catchen, Bruder, direkt. Das war ein Foto von dir, Bruder. Der Song war auf jeden Fall low, Bruder. F*** dir mein Leben, phasenweise. Was passiert ist, Leute, die nicht reden, sondern kommen nehmen. Was dir lieb ist, aller Sex so voll auf Klatsche. Weiße Bälle, Lack aus Tasche. Du hast doch gar keine Ahnung, was ich alles draußen mache. Winterzeit, wo mein Young G auf der Jagd ist. Der erste Joint das erste Mal. Siehst du, wie er Gras tickt. 50 für'n Sechser. Kleinpacken und dann groß machen. Straßen-Attitude. Ich bin aktiv, lass uns los. Das ist Unterschicht gesehen, was nicht jeder sieht. Früh aktiv der Grund, warum der Nachbar mich als Täter sieht. Lebte mit 16, genauso schon wie 20. Werbung für mein Haschisch. Saftig, aller saftig. Ich wurd groß mit Diebe, die die Krasse lernen. Ich komm von da, wo man sagt, Bra, ich kann dir alles klären. Manche holen Kohn, haben abgewichste Schulden. Was machst du? Was mach ich? Brate, ich mach Kunde. Genau so. Trügt den Plant, ich werd langsam dicht. Ein dicker Bündel, der im Warnschrank sitzt. Wollt'n Geld und hab'n Haasch fertig. Handschellklick ans Gericht. Trügt den Plant, ich werd langsam dicht. Ein dicker Bündel, der im Warnschrank sitzt. Wollt'n Geld und hab'n Haasch fertig. Handschellklick ans Gericht. Ey, Bruder. Bruder, wabla. Kannst du mir meinen Code geben? Guck, guck, guck. Ich will ihm meinen Code geben. Wenn du möchtest, Mann. Der soll, gib von mir einen Code. Wenn klar geht für euch. Ich weiß nicht, also es müsst ihr entscheiden so. Aber ich sehe in dem Potenzial. Letztendlich er ist Finalist. Wenn du meinst, du siehst potenziell in dem. Siehst du nicht in dem, Bruder? Doch, 100 Prozent. Ich bin bei dir, ne? Bruder, ich sage dir, ich sage dir, Bruder. Ich weiß aber, was er meint. Weißt du warum, Bruder? Bruder, man merkt, was er rappt, Bruder. Das ist nicht einfach tough, Bruder. Ich weiß. Verstehst du? Man merkt ein bisschen, er hat ein bisschen so diese Realness. Weißt du, was ich mag? Zum Beispiel, der andere hat ja auch auf Oldschool Beat gerappt. Aber das Wichtigste ist, wie du das rüberbringst. Da waren jetzt nicht zum Beispiel neue Wörter. Aber das war in dem Moment, sage ich mal, okay, nicht egal. Aber so, wie sagt man, die Delivery. Ja, genau. Er hat es anders verpackt, Bruder, auch anders präsentiert. Bruder, er hat mir das so rübergegeben, dass ich ihm das so, ich kenne ihn nicht, aber dass ich ihm das abkaufen könnte, Bruder. Verstehst du? Er hat nicht gesagt, ich verkaufe Dings. Er hat schon ein bisschen so detaillierter gerappt und so, Bruder. Dadurch so, er rappt so, dass ich ihm das so ein bisschen abkaufen, Bruder. Verstehst du, was ich meine? Und Flow und Hook war auch catchy, Bruder. Ja, nee, das war so diese Kopfnicker Beat, Bruder. Ich finde ihn gut, Bruder. Also, ich würde ihm einen Code geben, Bruder. Also, das ist eure Entscheidung, Bruder, aber ich sage nur so für mich. Bruder, deswegen, ich weiß, was er meint, Bruder. Guck mal, er ist gut, ne? Also, er soll dich auf jeden Fall bewerben. Ja, 100%. Was er aber will, wenn er jemandem einen Code gibt, er muss eine Explosion sein. Es muss ein Chebeb sein. Es muss ein Parel sein. Ja, das stimmt auch. Es muss ein dieses, wow, safe, Bruder. Ich will dich unbedingt haben, weißt du? Okay, okay, okay. Nur weil jemand jetzt so gut ist, weißt du, checkst du, was ich meine? Aber bewirb dich auf jeden Fall, Bruder. 100%. Das heißt nicht, dass du schlecht bist, um Gottes willen. Du bist richtig gut, Bruder. Ja. Gib Gas auf jeden Fall. Aber egal, ey, wir haben einen Code vergeben an Saint. Ja, Mann. Er hat das auf jeden Fall verdient. Ja, Mann. Saint, Wallah. Ich sag dir ehrlich, Bruder. Man muss, Bruder, das ist automatisch so. Man vergleicht doch immer mit dem vorigen Dings. Weißt du, was ich meine? Wenn man jetzt sieht, was zum Beispiel in den Top 100 für Bewerbungen gekommen sind, Bruder. Bruder, ein Asu ist gekommen, Bruder. Bruder, ich küsse. Was hat Asu bitte für eine Bewerbung gemacht, Bruder? Mit diesem Video. Dann im Mittagrund wird festgenommen. Schaut, sie ist verliebt in Angie. Bruder, das war gleich, Bruder. Weißt du? Da hat alles gepasst. Du wusstest direkt ein Gesamtpaket und so, Bruder. Weißt du? 100%, Bruder. Das Ding ist, bei Asu, er hat auch was einzigartiges. Das ist seine Stimme und sein Aussehen. Weißt du? Ich schwöre. Er ist einmalig. Das gibt's einfach kein zweites Mal. Guckt, ich gebe euch einen Tipp. BZ, Emre und Sandro hatten doch drei Kategorien. Ja. Orientiert euch dran. Ich weiß, ob ihr das wieder so dieses Jahr machen werdet, das weiß man ja nicht. Aber auf jeden Fall, die haben es nicht aus irgendeinem Grund damals diese Kategorie gemacht. Und auch für die Leute, zum Beispiel, was ich euch da auch sagen kann. Zum Beispiel die Leute, die schon eine Musik, einen Song rausgebracht haben, Bruder. Weißt du? Und die sagen, der Song ist krass. Oder die können auch einfach einen Abschnitt von dem Musikvideo reinschicken. Weißt du? Ja, safe, safe. So hab ich das ja bei mir gemacht, Bruder. Bei dieser, äh, äh. Guck mal früher. Das war ein Song, den ich released habe. Ich hab einfach einen kleinen Abschnitt genommen. Den Anfang vom Song so ein bisschen. Und du pushst den Song. Genau. Guck mal Leute. Glaubt mir, glaubt mir, glaubt mir. Macht anständige Videos. Ja, das verstehe ich. Macht anständige Videos, anständige Aufnahmen, nehmt bisschen Geld in die Hand. Dann geht ihr den Monat weniger Döner essen oder holt euch weniger Gras oder keine Ahnung was. So, aber investiert. Und fern an eure Zukunft. Ja, investiert in euer Video, investiert in eure Aufnahmen. Das Auge ist mit. Und natürlich, Ono-Chan dürfen wir nicht vergessen, aber den 60 machst du, ne? So, Ono-Chan. Bruder, kein Para, Bruder. Bruder, Bruder. Der macht das. Ich hab kein Para, Bruder. So, du weißt Bescheid. Ey, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Haut rein, checkt die Jungs ab. Bye, bye.